Meine Damen und Herren, das Wichtigste im Leben des Deutschen ist seine Arbeit. Man sagt ja, der Franzose arbeitet, um zu leben und der Deutsche lebt, um zu arbeiten. Deshalb sind die Arbeitsplätze das Top-Thema in diesem Land, das treibt immer schöne Blüten. Da kommt einer und sagt, wir müssen die Tabaksteuer erhöhen, damit die jungen Menschen vom Rauchen abgehalten werden. Da kommt der Sprecher der CSU und sagt, wenn wir die Tabaksteuer zu sehr erhöhen, gefährden wir Arbeitsplätze in der Zigarettenindustrie. Das meint er auch nicht ironisch, das sind seine Sorgen. Wenn Sie dem Innenminister morgen sagen, Herr de Maizière, wenn Sie das Ausüben von Anschlägen zu sehr erschweren, gefährden Sie Arbeitsplätze in der Dynamitstangenindustrie, da würde der noch mal drüber nachdenken. Arbeitsplätze, das Totschlag-Argument in jeder Diskussion. Deshalb können wir den Klimawandel auch nicht stoppen, weil alle Maßnahmen würden Arbeitsplätze gefährden und das ist mit dem Klimawandel einfach ungünstig, der muss nochmal wiederkommen, so geht das überhaupt nicht. Was tun wir mit einem geretteten Planeten, wenn wir keine Arbeitsplätze mehr haben? Dann ja lieber umgekehrt, ja wir retten erstmal die Arbeitsplätze. Ob wir einen Planeten wirklich brauchen, ist doch wissenschaftlich überhaupt noch nicht erwiesen. Das sind doch alles nur Computersimulationen. Der Club of Rome hat ja schon in den 70er Jahren vorhergesagt, was jetzt passiert. Der Kapitalismus, der beutet die Ressourcen des Planeten hemmungslos aus, entzieht uns unsere eigenen Lebensgrundlagen und die Menschen werden auch ausgebeutet. Und sie müssen auch gar kein Marxist sein, um das nachvollziehen zu können. Sie müssen den Kapitalismus endlich nur mal ernst nehmen. Der Kapitalismus ist ja unsere neue Religion, im Grunde unsere Ersatzreligion. Wir haben den Glauben alles verloren, wir glauben aber noch an die freie Marktwirtschaft. Und weil die freie Marktwirtschaft oder der Kapitalismus eine Religion ist inzwischen, dürfen sie auch nichts mehr dagegen sagen. Wenn sie da was gegen sagen, das ist ja wie Gotteslästerung, sind sie sofort ein Ketzer und ein Spinner. Und unsere Götter, die wir anbeten im Kapitalismus, sind Wachstum und Produktivität. Das sind unsere Götter, Beschäftigung durch Wachstum, das Mantra unserer Politiker. Beschäftigung gibt es nur durch Wachstum. Es muss immer mehr werden, immer mehr und das macht die Menschen glücklich und zufrieden. Immer mehr, immer mehr. Wir haben seit 25 Jahren eine Situation, dass wir in diesem Land mehr Dinge herstellen, als wir verbrauchen können. Wir schmeißen ein Drittel aller Lebensmittel weg, die wir herstellen. Wir schmeißen ein Drittel aller Medikamente weg, die hergestellt und verschrieben werden. Und es ist von allem zu viel da. Es gibt auch zu viel Geld. Das ist ja das Verrückte an der Wirtschaftssituation. Die einen sitzen da und kommen nicht klar und die anderen haben so viel Geld, dass sie nicht mehr wissen, wo es anlegen soll. Auf der verzweifelten Suche nach Anlagemöglichkeiten ist ja so viel Geld weltweit unterwegs, dass diese Finanzprodukte erst erfunden worden sind. Der Zins ist doch am Boden. Und der Zins ist der Preis fürs Geld. Wer von einer Sache fehlt da ist, sinkt der Preis. Und die Zinsen sind auf dem absoluten Nullpunkt, außer für die Griechen. Und da sehen sie, dass das alles völlig absurd ist und auch mit der Realität gar nichts zu tun hat. Es ist von allem zu viel da, aber wir brauchen Wachstum. Auf dem Grabstein des Kapitalismus wird später stehen, zu viel war nicht genug. Wir brauchen ewiges Wachstum. Ewiges Wachstum, das ist schwierig, fragen Sie Rainer Kallmund. Aber wir müssen dann mal bleiben. Und es muss immer mehr werden. Die Firmen müssen jedes Jahr mehr verdienen als im Jahr davor. Wenn ein Konzern drei Jahre lang hintereinander denselben Gewinn macht, dann sagen die Analysten, die Aktie wird runtergestuft und dann geht ihre kapitalgedeckte Altersvorsorge schnell in den Bach runter, als der Meeresspiegel steigen kann. So sind die doch bei 26% Eigenkapitalrendite angekommen bei der Deutschen Bank, weil es jedes Jahr noch mehr werden muss als im Jahr davor. Und das erreichen wir mit der Produktivität. Produktivität, unser zweiter Gott. Mit immer weniger Menschen, in immer kürzerer Zeit, immer mehr herstellen. Und da waren wir Deutschen immer die Weltmeister drin. Wir sind ganz vorne mit der Produktivität und jetzt stoßen selbst die arbeitswütigen Deutschen an die Grenzen. Wir haben gerade an Produktivität erreicht, dass die Menschen, die nur Arbeit haben, krank werden. Die psychosomatischen Erkrankungen massiv auf dem Vormarsch, in ganz Deutschland. Burnout war früher was ganz Exotisches. Haben sie heute flächendeckend in allen Berufen vertreten. Die Menschen werden krank, weil sie Arbeit haben. Der Rest wird krank, weil er gar keine Arbeit hat. So tut der Kapitalismus was für alle. Kann man natürlich auch sagen. Aber sie kommen aus der Nummer nicht raus. Wenn sie diese Religion einmal als ihre angenommen haben, dann müssen sie darin leben und dann müssen sie arbeiten und kämpfen und produktiv sein und Wachstum und immer mehr und immer mehr. VW hat gesagt, wir brauchen 7% Produktivitätszuwachs jedes Jahr, um den Standort Deutschland zu halten. Allein VW. 7% Produktivitätszuwachs. Wie erreicht man das? Sie können zum Beispiel jedes Jahr dieselbe Zahl Autos mit 7% weniger Mitarbeiter herstellen. Wie oft können sie 7% der Belegschaft entlassen, bis sie keine mehr haben? Ist kein Konzept für die Zukunft, oder? Sie wollen ja in 20 Jahren ihre kapitalgedeckte Altersversorgung auch mit VW-Aktien abdecken. Bis dahin müssen sie die ja durchhalten. Die andere Möglichkeit ist, mit derselben Zahl Mitarbeiter und 7% weniger Lohn jedes Jahr. Wie oft können sie den Leuten 7% Lohn kürzen, bis sie nicht mehr zur Arbeit kommen können? Geht also auch nicht. Die Möglichkeit, die existiert, ist also nur, mit derselben Zahl Mitarbeiter und demselben Lohn jedes Jahr 7% mehr Autos herstellen. Das schaffen die auch bei VW. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, die Dinger zu verkaufen. Wir haben schon jetzt in Europa 20% Autos mehr, die hergestellt werden, als verkauft werden können. Und VW will jedes Jahr 7% Produktivitätszuwachs dazubekommen. Jedes Jahr. Das sind ja Exponentialkurven. Schon ihre Enkel werden jeden zweiten Monat ein neues Auto kaufen müssen. Per Handys ist die Situation längst erreicht. Wir haben seit Jahren mehr Handys als Deutsche. Vor allen Dingen sehr viel mehr Handys als Deutsche, die sie bedienen können. Aber. Aber Handys sind der Wachstumsmarkt überhaupt, oder? Es gibt doch immer permanent noch neue Handygeschäfte, die aufmachen. In den Fußgängerzonen machen überhaupt nur noch zwei Sorten von Geschäften neu auf, habe ich den Eindruck. Sonnenbankstudios und Handyläden. Das ist der Höhepunkt der westlichen Zivilisation. Man lässt sich das Hirn braten, um bereit zu sein für den nächsten Handykauf. Und. Mit einem geschickten Auge können Sie an der Gesichtsbräune eines Menschen ablesen, wie viele Handys der in der Hose hat. Und Sie müssen mitmachen, Sie müssen kaufen, kaufen, kaufen. Vor allen Dingen Handys, das ist der Wachstumsmarkt, da müssen Sie mithalten. Sie müssen jeden Monat ein neues Handy kaufen und kommen Sie nicht mit der Ollnummer, Sie hätten nur zwei Ohren. Das ist überhaupt kein Argument. Sie haben ja auch mindestens 20 Paar Schuhe, nur zwei Füße. An der Stelle haben Sie es doch begriffen. Ja, an der Stelle haben zumindest Frauen eine angeborene, emotionale, kapitalistische Intelligenz. Der Kapitalismus, das ist wie das Märchen vom Fischer und seiner Frau. Kennen Sie doch das? Alte Märchen vom Fischer und seiner Frau. Der Fischer, der diesen Butt kennengelernt hat auf dem Meer und der Butt hat ihm einen Wunsch erfüllt. Er kommt nach Hause und die Frau sagt, wo hast du denn das her? Ja, wird der Butt geschenkt. Sagt die Frau, das ist ja schon schön, aber fahr doch nochmal raus, ich wünsche mir das und das. Der Fischer raus und sagt, Butt, tut mir furchtbar leid, es ist mir unangenehm, aber meine Frau ist noch nicht zufrieden. Die hätte das auch noch gern. Ja, sei der Butt kein Problem, kriegst du auch noch, der fährt wieder nach Hause und die Frau sagt, ey, hat das schon wieder geklappt. Hör mal, das hätte ich auch noch gern, fahr wieder raus. Und die schickt den immer wieder raus und jedes Mal immer diese Geschichte, der Fischer ganz bedröppelt von dem Butt, mir eine Frau, die isse bill, will nicht so, wie ich das will. Die schickt den immer wieder raus. Die Frau kriegt den Hals nicht voll. Sie wird niemals glücklich und zufrieden, sie will immer noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und irgendwann sagt der Butt, wisst ihr was, ihr könnt mich mal. Ich nehme euch alles wieder weg. Das ist das Märchen vom Fischer und seiner Frau und das Märchen vom Kapitalismus. Wir haben immer mehr, 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 mehr und keiner wird zufrieden und irgendwann ist alles in sich zusammengebrochen. Und die treibende Kraft bei der ganzen Sache, da sind nun mal die Frauen, ich habe das Märchen nicht geschrieben, ich bin nur der Überbringer der schlechten Nachricht. Ja, buh. Wann kauft ihr Mann eine neue Hose? Wenn Sie sagen, die ziehst du nicht mehr an. Wir Männer ersetzen Dinge widerwillig, wenn sie so kaputt sind, dass man sie nicht mehr tragen kann. Das nennt man nachhaltiges Wirtschaften. Wenn Frauen nur die Hosen kaufen, die sie benötigen, dann würde doch unsere Industrie kaputt gehen. Wenn Frauen nur die Klamotten kaufen, die sie brauchen, dann würde Karl Lagerfeld verhungern und der sieht schon nicht gut aus. Immer mehr, immer mehr Produktivität, wachst du und dann unser drittes, der Fleiß, der Mythos des Fleißes in Deutschland, speziell in Westdeutschland. Der Deutsche war immer stolz auf seinem Fleiß und als die Mauer aufging, haben doch viele Westdeutsche gesagt, guck dir doch mal an, wie das da im Osten aussieht. Guck dir doch bitte mal in Ruhe an, wie das da im Osten aussieht. Die können doch da gar nicht gearbeitet haben. Das ist dann noch genauso kaputt wie nach dem Krieg. Hier war doch auch alles kaputt nach dem Krieg. Und? Wie sieht es hier aus? Wie sieht es da aus? Wir waren hier fleißig, wir haben die Ärmel aufgekrabbelt, uns hat doch hier auch keiner was geschenkt. Jetzt sollen wir die damit durchführen, die können doch hier ja nicht gearbeitet haben. Das sieht ja immer noch aus wie in den schlimmsten Teilen von Süditalien. Bloß noch mit dem scheiß Wetter dabei. Ja, Elend im Regen mag der Deutsche gar nicht. Elend im Sonnenschein findet er sehr entspannen. Elend befürchtet sich gerade im Schatten mit Strand und Palmen. Da fährt der Deutsche hin, da kann er sich entspannen. Elend im Regen mag er nicht. Wir waren immer stolz auf unsere Fleiß der Deutsche. Der Westdeutsche Stammtisch war immer fleißig und wir haben immer die Ärmel aufgekrempelt, haben die Leute hier gesagt und alle können so leben wie wir, wenn sie nur fleißig genug sind. Das ist der Mythos. Wer fleißig ist, der schafft auch was. Die Afrikaner, hat es immer geheißen, liegen ja nur faul in der Sonne rum. Die haben ja so viel Bodenschätze in Afrika. Wenn die mal auf so einen Quark kämen, die könnten ganz anders leben. Und jetzt haben wir Pech, der Chinese ist nicht so faul. Der Inder auch nicht. Es kommt knüppeldick, sie müssen tapfer sein. Der Rumäne will anfangen zu arbeiten. Das ist ja nicht die Aufgabe des Rumänen, oder? Der Rumäne hat als Diebesband im Wald rumzulaufen. Wir bauen die Handys, der Rumäne klaut die Handys. Das war die Verabredung. Und jetzt klauen die ganze Handy Fabriken. Nokia zog von Bochum nach Rumänien. Und die Deutschen, die immer stolz waren auf die freie Marktwirtschaft, schimpfen plötzlich auf den Raub der Kapitalismus. Plötzlich ist hier die Rede von Raubtierkapitalismus. Was ist das denn jetzt? Kapitalismus, Raubtierkapitalismus, Wasser, nasses Wasser. Was hat der Nokia getan? Nokia versucht Geld zu verdienen, oder? Wie ist der Nokia nach Bochum gekommen? Hat der Nokia-Vorstand getagt und hat gesagt, was ist denn die schönste Stadt auf der Welt? Wo müssen wir unbedingt mal ein Werk bauen? Nein, wir haben Nokia gezwungen nach Bochum zu kommen, mit einem Scheck, mit 70 Millionen Arro-Bestechungsgelder, auf Teufs-Infentionen. 70 Millionen haben wir hingelegt. Dafür ist Nokia nach Bochum gekommen. Das Geld war aufgebraut vor zwei Jahren. Und da hat Nokia gesagt, und hier wird jetzt noch was. Und da hat der Rüttgers damals gesagt, nee, jetzt gibt es nichts mehr. Wir haben hier nichts. Das war ja 2008, können Sie sich erinnern, da hat man noch Aufschwung. Da hat man doch kein Geld für Nokia. Hätte wir da schon Krise gehabt, da hätte man Nokia helfen können. Da hätten die jeder noch ein Opel dabei gekriegt, aber so. So hat Nokia gesagt, gut, da gehen wir nach Rumänien, die bieten 20 Millionen Euro für die 2000 Arbeitsplätze, dann schaffen wir die jetzt erstmal da und dann gucken wir, wie es weitergeht. Und plötzlich, als Nokia nach Rumänien gezogen war, da begriffen die Westdeutschen zum ersten Mal, die Mauer war unser Freund. Ja klar, wir im Westen haben von der Mauer profitiert. Wir verdanken einen Großteil unseres Wohlstandes der Mauer. Doch nicht, weil wir fleißig waren, haben wir so viel. Wir haben so viel, weil für das, was wir bekommen haben, so viel gekauft werden konnte. Wir waren ein Hochlohnland mit Billigimporten. Und das haben wir der Mauer zu verdanken gehabt. Die Mauer hat uns die billigen Arbeitskräfte aus Osteuropa all die Jahre schön vom Hals gehalten. Und die billigen Importe hat die Mauer immer durchgelassen. Eine perfekte Membran. Und wir konnten uns doch moralisch drüber empören. eine Win-Win-Win-Situation. Die Amerikaner bauen ja gerade Müssen an diesen Zaun. Haben Sie da mal gesehen? Die Amis haben einen Zaun gebaut. Hin zu Mexiko. Durch die ganze Wüste. Hunderte von Kilometer lang. Mit Stacheldraht schwer bewacht. Die Ossis würden sich wie zu Hause fühlen. Die Amis versuchen sich, die billigen Arbeitskräfte aus Lateinamerika vom Hals zu halten. Da geben die Hunderte Millionen von Dollar für aus. Jedes Jahr. Uns haben an die Mauer kostenfrei dahingestellt. Das Ding ist all die Jahre einwandfrei gewartet worden. Und als die Betreibergesellschaft der Mauer als die DDR 1983 zum ersten Mal in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, da hat Franz Josef Strauß ja am Leben gehalten mit einem Milliarden Kredit. Genau wie jetzt bei den Griechen. Wir helfen da gerne aus. 1,5 Milliarden D-Mark waren das damals für die DDR. Das war eine Riesensumme damals. Aber da war große Diskussion. Überhaupt auch moralisch. Darf man so ein Regime überhaupt unterstützen? Der Strauß hat gesagt, gut, es muss erhalten bleiben. Der Strauß war kein SED-Fan. Würde ich Ihnen nicht unterstellen. Aber der Strauß, der wusste, wie wichtig die Mauer für das Geschäftemachen in Westdeutschland war. Der Strauß war dann Geschäftemacher. Der ist doch nicht als Millionär gestorben, weil er Ministerpräsident von Bayern war. Nein. Der Strauß war der Prototyp des konservativen Geschäftemachers in Deutschland. Ja klar. Der Strauß hat Geschäfte gemacht mit Pinochet in Chile. Das war ein Faschist. Der hat Geschäfte gemacht mit Honecker. Das war ein Sozialist. Der hat Geschäfte gemacht mit Idi Amin, mit Pocassa und mit Gaddafi und mit Comini. Das ist dem Konservativen doch völlig egal. Der lässt sich beim Geschäftemachen nicht von Werten und Moral behindern. Der konservative Geschäftemacher, der geht doch sonntags nicht in die Kirche, weil er an Gott glaubt oder das Gesammer von den sexuell gestörten Popen hören will. Der konservative setzt sich auf die harte Kirche und Moral hofft Geschäftspachter kennen zu werden in dem Umfeld. Aus demselben Grunde ist er im Karnevalsverein, im Schützenverein, im Trachtenverein und in der CDU. Dann ist für den alles dasselbe. Der konservativ ist erfolgreich, weil er sich fokussieren kann, aufs Geschäftemachen, Kohle, Kohle, Kohle und deshalb nennen wir die auch die Schwarzen. Und wenn der Linke das sieht, dann wird der Rot für Wut und der Liberale wird gelb vor Neid. So hängt das ja alles zusammen. 1,5. 1,5 Milliarden D-Mark damals für die DDR 1983. Da sind die noch mal sechs Jahre lang mit ausgekommen. Mit 17 Millionen Insassen. Da können Sie mal sehen, wie ordentlich die da gewirtschaftet haben. Sozialistische Misswirtschaft. Ich bitte Sie, das sind halt 750 Millionen Euro. Das reicht mit der Hyperreal Estate keine zwei Stunden, da ist das ab durch den Kamin. Die DDR war pleite, haben wir da gelacht, verglichen mit den Griechen und den Amerikanern war die DDR ein solide finanzierter Staat. Schauen Sie bitte mal die Staatsverschuldung an von damals und was wir heute haben. Das ist doch einfach nur lächerlich. Es geht ja auch gar nicht darüber, wie viele Schulden Sie haben. Die Leute wollen doch ihr Geld gar nicht zurückhaben, die ihnen das Geld geliehen haben. Die wollen Zinsen. Wie viele Schulden Sie haben, interessiert doch keine Sorgen. Das hat doch alles nichts mehr Vernunft zu tun, meine Damen und Herren. Die Griechen haben pro Kopf 26.000 Euro Staatsschulden. Die Amerikaner haben pro Kopf 30.000 Euro Staatsschulden. Und jetzt hat Barack Obama einen Haushaltsplan vorgestellt für seine Amtszeit. In den vier Jahren will er nochmal 15.000 Euro Schulden pro Kopf neu dazu machen. Das heißt, dann haben die Griechen hinterher 27.000 Euro Schulden pro Kopf und die Amerikaner haben 45.000 Euro Schulden pro Kopf. Und wer ist kreditwürdig? Ja klar, die Amis, denen müssen sie Geld leihen, weil die haben eine Armee, die kommen sich das sonst holen. Und die Griechen kriegen sie jetzt richtig dran. Die müssen jetzt 10 Milliarden pro Jahr im Haushalt einsparen. Verglichen bei uns wären das 80 Milliarden pro Jahr. Stellen Sie sich mal vor, die würden aus unserem Haushalt 80 Milliarden rausstreichen, was hier los wäre. Und die Griechen müssen sich dran halten. Wenn die jetzt jedes Jahr 10 Milliarden sparen, dann gibt es richtig Ärger. Ja was passiert eigentlich, wenn die das nicht schaffen? Ich glaube, dann müssen die Strafe zahlen. Wovon tun die das denn dann? Ich glaube, die Merkel wird denen das leihen. Das ist alles so ballerballer. Barack Obama hat einen Haushaltsplan aufgestellt für seine vierjährige Amtszeit. Können Sie nachlesen. Er hat gesagt, im ersten Jahr mache ich 1.600 Milliarden Dollar neue Schulden. 1.600 Milliarden. So. Im zweiten Amtsjahr mache ich nochmal 1.600 Milliarden Dollar neue Schulden. Im dritten Amtsjahr mache ich nochmal 1.600 Milliarden Dollar neue Schulden. Und im vierten Amtsjahr hat er gesagt, wird er die Staatsschulden halbieren. Ja erst im vierten Jahr, so lange braucht der Copperfield, um den Trick vorzubereiten. Der schönste Gag ist, wenn die sagen, die Staatsschulden werden halbiert, da wird er überhaupt nicht zurückbezahlt. Da glauben Sie ja, da wird was zurückgezahlt. Nein, Staatsschulden halbiert heißt, die Neuverschuldung wird halbiert. Der Barack Obama verspricht, er macht im vierten Jahr seiner Amtszeit nur noch halb so viel neue Schulden, wie jeweils in den ersten drei Jahren. So einen Diätplan müssen Sie mal mit Ihrem Arzt aufstellen. Sagen Sie, ich nehme auch im vierten Jahr noch nicht ab, aber ich nehme im vierten Jahr nur noch halb so viel neu zu, wie jeweils in den nächsten drei Jahren. Und dann diskutiert die in der Medizin, weil man hirntot ist. Es ist großartig. Die Höhe der Schulden spielt keine Rolle. Die Frage ist, ob sie noch frisches Geld kriegen, um die Zinsen bezahlen zu können. Ja klar, und wenn die Amerikaner überhaupt nicht mehr genug Kredite kriegen, dann drucken die einfach Geld. Wir drucken jetzt auch Geld in der europäischen Währungszone. Die Amis drucken Geld ohne Ende, seit zwei Jahren schon. Wäre die DDR damals Geld gedruckt, hätten Sie gesagt, das ist das Spielgeld. Was wollen Sie denn damit? Die Amis drucken jetzt auch Spielgeld. Der Dollar ist fast gar nichts mehr wert. Nur Sie kaufen den Amis den Dollar ab für Ihre Altersversorgung. Toll, toll, toll. Nochmal so ein kleines Beispiel für die Funktionsweise der Mauer. Sie kennen alle das Billiregal. Billiregal ist 30 Jahre alt geworden, von Ikea letztes Jahr. Großes Jubiläum. Und Billiregal konnten wir uns schon als Studenten leisten. Stabiles Regal, mit Rückwand, allem drum und dran. Das war billig. Warum? Weil Ikea in der DDR produziert hat damals. Die haben sogar in DDR-Gefängnissen produziert. Wussten Sie das? Politische Gefangene in der DDR haben die Billiregal nicht hergestellt. Ja, denken Sie beim Abstauben den nächsten nochmal drüber nach zu Hause. War doch das typische DDR-Produkt. Sie können sich erinnern, mal fehlten die Löcher, mal fehlten die Schrauben. Aber wir konnten uns das leisten. Hätte Ikea damals in Westdeutschland zu westdeutschen Stundenlöhnen das Zeug hergestellt, hätte sich doch kein Student Ikea-Sachen leisten können. Dann wäre das viel zu teuer gewesen. Aber die Brüder und Schwestern im Osten, die haben für den Apfel und Ei gearbeitet. Die haben so wenig Lohn bekommen, die konnten sich selber keine Ikea-Sachen leisten. Und die konnten auch ihre Häuser nicht renovieren. Und jetzt verstehen Sie es vielleicht, es hat immer schon einen Euro-Jobber in Deutschland gegeben. Nur früher haben wir die wegen der Mauer nicht sehen müssen. Die Mauer fiel und Ikea ist direkt weitergezogen. Erst nach Tschechien zu produzieren, dann kam die EU nach Tschechien, die Löhne stiegen, Ikea ist wieder weitergezogen. Usbekistan, Kasachstan, Tatschekistan, immer noch eine Runde weiter. Ich will nicht hinterher mit einem Korinthen-Kacker über die Reihenfolge diskutieren müssen. Lachen Sie nicht, Gymnasiallehrer dürfen abends frei rumlaufen. Es geht ja nicht um Geografie, es geht auch gar nicht um Details, es geht um die Strukturen, die dahinter stecken. Die Unternehmen ziehen immer noch weiter, immer noch dahin, wo es noch billiger Arbeitskräfte gibt, als wo sie jetzt schon sind. Irgendwann sind die einmal um die Welt rum. Wachen Sie es ab. Wenn Sie bereit sind in Bonn für 2 Euro die Stunde zu arbeiten, weil Sie sonst nichts mehr zum Beißen kriegen, dann kommt Ikea nach hier, dann produzieren die hier und dann können Sie es ja den Chinesen rächen mit beschissenen Billigregalen. Die Lüge des Kapitalismus besteht darin, den Menschen vorzugaukeln, dass alle einen gewissen Lebensstandard erreichen können, wenn sie nur fleißig genug sind. Und zwar alle den Lebensstandard unserer Mittelschicht. Das ist eine Lüge und davon müssen wir uns endgültig verabschieden. Sie sehen doch in diesem Land, dass das nicht geht. Sie können fleißig sein, wie Sie wollen. In bestimmten Berufen hilft Ihnen das nichts. Als Arzthelferin, als Apothekenangestellte, als Putzfrau, als Taxifahrer, als Pflegekraft im Altersheim können Sie fleißig sein, wie Sie wollen. Sie kommen niemals auf den grünen Zweig. Mit Fleiß hat das alles nichts zu tun. Nein, natürlich nicht. Und wer sagt, wir brauchen einen Niedriglohnsektor, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, der sagt doch nichts anderes, als dass der Lebensstandard der Mittelschicht mit Auto und Urlaub und allem drum und dran. Der Lebensstandard dieser Mittelschicht ist nur aufrecht zu halten, wenn ein Drittel der Bevölkerung hier für Kost und Logis arbeitet. Ob hinter der Mauer oder in der Nachbarschaft. Wir brauchen diese modernen Sklaven. Und da müssen Sie ehrlich sein. Wenn Sie diese Wirtschaftsform unterstützen, dann seien Sie ehrlich, dann sagen Sie, ich bin so. Lassen Sie sich Sklaventreiben auf die Stirn tätowieren, dann weiß jeder, wo er ran ist. Dann haben wir Demokratie. Sie können auch die Abkürzung nehmen, FDP, haben Sie noch Platz für was anderes. Aber hören Sie auf, hören Sie auf, den Leuten zu erzählen, dass jeder hier was werden kann. Okay, man kann natürlich sagen, jeder kann hier reich werden, aber nicht alle. Das ist hier im Lotto. Die große Verarsche ist, jeder kann Millionär werden, aber nicht alle. Beim Lotto ist die Chance 1 zu 140 Millionen. Trotzdem spielen die Leute Lotto, weil sie hoffen, dass der eine von den 140 Millionen Sie sind. Dass damit einer reich werden kann, 20 Millionen jede Woche ihr Geld wegschmeißen müssen. Das ist das Prinzip des Kapitalismus. Eine kleine Gruppe wird immer reicher und der geht es immer besser und eine immer größer werdende Gruppe, der geht es immer schlechter. Und das ist das Prinzip dieser Wirtschaftsform. Das ist der Effekt von Zins und Zinses Zins. Und wer Ihnen irgendwas anderes erzählt, der ist entweder ein kompletter Vollidiot oder eine extrem unappetitliche Körperöffnung, meine Damen und Herren. Alle Menschen in unserem Leben standen, das sagte der gesunde Menschenverstand, das geht nicht. So viel Wasser hat der Planet nicht. So viel Energie können wir auch nicht produzieren. Als vor zwei Jahren die Asiaten anfingen, über eine zweite Mahlzeit am Tag nachzudenken, stieg der Reispreis. Da wurde der kleine Hunger zwischendurch bei uns schon richtig teuer. Was wir haben, geht nicht für alle. Die Ressourcen dieses Planeten sind begrenzt. Völlig im Gegensatz zur Blödheit der FDP. Die ist natürlich unbegrenzt. Können sie aber leider nicht in Energie umsetzen. Weil so was Kleines wie FDP-Hirne kann die Wissenschaft noch nicht spalten. Es geht nicht. Wenn alle Chinesen, wenn alle Inder pro Kopf so viele Autos hätten wie wir, da könnten wir alle noch einmal den Zündschlüssel umdrehen, 15 Minuten rumfahren, das Öl wäre komplett aufgebraucht. Für immer. Und die Atmosphäre natürlich auch. Jetzt hat die EU-Kommission vor zwei Jahren gesagt, ja, wir können ja die Zahl der Autos nicht kontrollieren, ist ja freie Marktwirtschaft, aber den CO2-Ausstoß pro Fahrzeug können wir in den Griff kriegen. Wir machen ja Gesetz, die Autos müssen weniger Dreck rausblasen, da können mehr rumfahren bei gleicher Umweltbelastung. Schrie die deutsche Autoindustrie sofort wieder auf. Diese Pläne machen uns kaputt. Diese Schlagzeilen. 65.000 Arbeitsplätze in der deutschen Autoindustrie in Gefahr, wenn diese Pläne Wirklichkeit werden. Da sagt der Deutsche, 65.000 Arbeitsplätze, dann geht das nicht. Und ich habe gesagt, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wieso gehen Arbeitsplätze in der Autoindustrie verloren, wenn die Autos weniger Dreck hinten rausblasen? Ich war kurz davor, den Redakteur von der Zeitung anzurufen und zu fragen, aus welcher Flasche er die Informationen hat. Wo ist der Zusammenhang? Ich habe darüber nachgedacht, es gibt nur einen möglichen Zusammenhang. Die Zahl der Mitarbeiter, die man braucht, um so ein Auto zusammenzuschrauben, muss vom CO2-Ausstoß des Fahrzeuges abhängig sein. Oder die Hersteller gehen davon aus, dass die Deutschen gar keine Autos mehr kaufen, wenn da nicht genug CO2 hinten rauskommt. Nach dem Motto, dann fahre ich nicht mehr. Wenn da kein Dreck hinten rauskommt, dann gehe ich zu Fuß. Verliere ich die Freude am Fahrrad. Sagen Sie mal, Herr Wismann, was muss man eigentlich tun, um als Sprecher der Autoindustrie arbeiten zu dürfen? Muss man sich erst mal jahrelang am eigenen Auspuff beatmet haben? Das präsentieren die uns als Dilemma. Retten wir die Arbeitsplätze in der Autoindustrie oder retten wir den Planeten? Das ist das Dilemma. Und dann ist das auch für die Politik ein Dilemma, auch für die Kanzlerin. Und dann steht die Merkel erst mal da, wie sie so da steht, wenn sie so da steht. Die steht ja immer erst mal da, die ist ja nicht so nassforsch. Wir machen das jetzt und dann gehen wir jetzt hin, die Merkel steht ja immer erst mal da. Steht sie da und guckt sie so? Sie versucht der Krise ein Gesicht zu geben. Guckst du so? Steht sie da und guckt sie so? Dann denke ich immer, die ist genauso gespannt, was sie gleich sagen wird wie ich. So guckt ihr doch, oder? Genau so guckt ihr. Und dann spürt die Merkel, sie hat zu lange zögert, die Atmosphäre kühlt sie ab, dann glüht sie wieder vor mit ihren Sprechblasen. Die Frau hatte ein Sprechblasenreservoir, das ist unerschöpflich. Da kommt die erste Sprechblase, da sagt die Merkel, wir dürfen uns in dieser Frage in Europa nicht auseinander dividieren lassen. Der Satz ist grammatisch genauso richtig wie sinnfrei. Aber im ganzen Satz gesprochen und da ist der Deutsche von seinem Politiker nicht verwöhnt. Und bitte achten Sie in Zukunft mal genau drauf. Je inhaltsloser das ist, was die Merkel von sich gibt, je platter und je dümmlicher das, was sie sagt, ist, desto energischer sagt sie vorneweg. Und deshalb sage ich bewusst. Sie muss uns immer noch informieren, dass sie bei Bewusstsein ist. Sonst wird man ja meistens denken, die plappert einfach so vor sich hin. Manchmal sagt sie auch, und deshalb sage ich ganz bewusst. Dann ist sie ganz bei Bewusstsein. Wir dürfen uns in dieser Frage in Europa nicht auseinander dividieren lassen. Die Umkehrungen der Phrase funktionieren auch besser. Dann sagt die Merkel, wir müssen in dieser Frage Geschlossenheit zeigen. Und dann ist der Deutsche sofort begeistert. Weil Geschlossenheit ist ja überhaupt das Ding des Deutschen. Der Deutsche hat es gern geschlossen. Ja. Hose, Weltbild, alles. Alles muss geschlossen sein. So Weltoffenheit und was Neues von der Welt, das macht der Deutsche überhaupt nicht. Nee, nee. Deshalb war das so schön, als der Russe vor der Tür stand. Da musste man nicht raus. Alles war geschlossen. Parteien müssen geschlossen agieren. Ganz, ganz wichtig. Wenn in einer Partei Diskussionen aufkommen, was ist richtig, was ist falsch, dann schreibt die Presse, die Partei ist zerstritten und dann wendet der Wähler sich entsetzt ab. Der Deutsche will nicht mit Einzelheiten behelligt werden. Wie soll sie einfach nur einig sein? Worüber ist den Deutschen einig, ziemlich egal. Sehen Sie, die schwarz-gelber-Bundesregierung wird nicht kritisiert, weil sie schlechte Gesetze gemacht hat, sondern weil sie sich nicht einig sind. Wie soll sie einfach nur einig sein? Das ist das Wichtigste für den Deutschen überhaupt. Einigkeit. Das heißt ja Einigkeit und Recht und Freiheit. Nicht Sachverstand und Recht und Freiheit. Einig sollen sie sein. Und wenn die dann zu lange diskutiert haben in der Partei, da kommt irgendjemand einer und sagt, und jetzt müssen wir wieder alle an einem Strang ziehen. Genauso der Deutsche, das ist doch mal vernünftig. Ja Mann, die sollen gefälligst alle an einem Strang ziehen. Der Strang darf dem Deutschen ruhig um den Hals liegen. Hauptsache es, die ziehen da alle gemeinsam dran. Geschlossenheit. Parteitage müssen ein Signal der Geschlossenheit aussenden. Wenn auf einem Parteitag zwei Leute für denselben Job kandidieren, dann schreibt die Presse von einer Kampfkandidatur. Dann sind unsere journalistischen Hirnzwerge endgültig aus dem Häuschen. Eine Kampfkandidatur, eine Kampfkandidatur wird es die Partei zerreißen. Tadada, tadada. Wenn nur einer antritt, ist es eine Wahl. Und da kommt eine Schicksalswahl. Alle vier Jahre machen die eine Schicksalswahl. Gut, Sie können sagen, bei dem, was da zur Wahl steht, das ist Schicksal. Aber eine Richtungswahl, entschuldigen Sie bitte mal, Sie können da immer wieder neu mixen, CDU, CSU, FDP, SPD und seit 20 Jahren die Grünen. Was ist denn da eine Richtungswahl? Was hat sich denn groß verändert? Von Schwarz-Gelb zu Rot-Grün über Schwarz-Rot jetzt wieder Schwarz-Gelb. Wirtschaftspolitisch machen die doch alle dasselbe. Die glauben alle in dieselbe Wirtschaftsform und haben alle immer wieder die gleichen falschen Instrumente für die gleichen Probleme. Da tut es überhaupt nichts. Schicksalswahl ist lächerlich. Es gab Wahlen, wo Emotionen im Spiel waren. Das ist richtig. Stoppt Strauß, da waren wir noch emotional engagiert. Aber plakatieren Sie mal, stoppt Merkel. Dann sagen die Deutschen, wobei? Die will ja nur spielen. Endlosschleife. Und die Rituale sind immer gleich. Man hat uns hier eingelullt, meine Damen und Herren. Jedes Jahr kommen Tarifverhandlungen und jedes Jahr steht in der Zeitung, die Arbeitnehmer müssen sich zurückhalten mit den Lohnforderungen bei der Tarifverhandlung, sonst geht der Aufschung kaputt. Dann halten die Arbeitnehmer sich zurück mit den Lohnforderungen, die Kaufkraft sinkt, es kommt eine Rezession, das steht nächstes Jahr in der Zeitung. Die Arbeitnehmer müssen sich zurückhalten mit den Lohnforderungen, sonst kommen wir nicht mal aus der Rezession raus. Seit 20 Jahren gibt es jedes Jahr einen Grund, warum die sich bei den Lohnforderungen zurückhalten sollen. Und sie haben es auch brav getan. Und so haben wir es geschafft, in 20 Jahren vom Land mit den höchsten Löhnen in Europa zum Land mit den niedrigsten Löhnen durchgereicht zu werden. Und darüber beschweren sich jetzt die anderen, weil wir denen die Preise kaputt machen mit unseren Dumpinglöhnen. Rituale immer und immer wieder, Umweltkatastrophen immer und immer wieder. Jetzt ist ja ganz schlimm, die Ölpest da, ne? Wenn das Ding jetzt noch einfach sprudelt, ist es schon genauso schlimm wie die Exxon Valdez. Und damals stand die Uhr schon auf 5.12 Uhr. Die steht schon so lange auf 5.12 Uhr, da ist eine Uhr derart kaputt, meine Damen und Herren. Und dann, das schönste Phänomen in diesem Land, am Tag vor den Schulferien steigt immer der Benzinpreis. Das ist ein Phänomen, das finde ich einfach großartig. Und es ist immer der Dollar. Haben Sie da schon mal drauf geachtet? Da sind die Nachrichten, der Ölpreis ist gestiegen, der Benzinpreis steigt, weil der Dollar, ach der Dollar, sagt der Deutsche, ja der Dollar, ja da kann man ja nichts machen, ne? Mal ist der Dollar zu hoch, mal ist er zu niedrig, das können Sie dem Analysten auch überhaupt nicht recht machen. Und ich wüsste auch gerne mal, woher der Dollar unsere Ferientermine kennt. Unsere Nachrichtensendungen sind eine komplette Volksverblödung und Verarschungsmaschinerie, meine Damen und Herren. Und die läuft hier im Dauerbetrieb, im permanenten Dauerbetrieb. Und es wiederholt sich alles endlos. Und Sie können das überprüfen, wenn Sie mal nachts, da senden Sie schon mal die Nachrichten vor 25 Jahren. Haben Sie das schon mal gesehen? Beim ersten Mal war ich völlig durcheinander. Da saß ich nachts im Hotel, hab nochmal so durchgesappt und dann, ja, da Nachrichten, bin ich hängen geblieben, ja, Nachrichten muss ich auch am Laufenden bleiben. So, was hier mit Neues? Kenne ich schon, war da letzte Woche, war da gestern. Was hier mit Neues? Erzähl was Neues. Ich hab 5 Minuten gebraucht, bis ich gemerkt hab, der ist doch schon tot. Endlos schleife. Und es ändert sich nichts, meine Damen und Herren. Wir mixen diese Parteien alle 4 Jahre neu in den Koalitionen und was verändert sich, meine Damen und Herren, es verändert sich gar nichts. Nennen Sie mir irgendeinen der Bereiche, die ich eben aufgezählt habe, wo irgendwas besser geworden ist in den letzten 40 Jahren. Im Gesundheitswesen ist irgendwas besser geworden durch die ganzen Reformen. Krankenhäuser, Pflegeheimen, ist irgendwas besser geworden? Die Rentelücke, das ist ein Riesenthema, weil wir wissen alle, die umlagefinanzierte Rente ist nicht bezahlbar, hat man uns eingeredet. Deshalb haben Sie eine kapitalgedeckte Altersversorge, dass Sie die komplett verlieren können, das spüren Sie gerade im Augenblick, nicht? Alles, was Sie gespart haben, kann morgen kaputt sein, meine Damen und Herren. Alles kann kaputt gehen. Ihr Haus kann seinen Wert komplett verlieren. Ihr Haus ist so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu bezahlen, wenn Sie es verkaufen müssen. Wenn Sie Pech haben, leben Sie an einem Ort, wo es keine Arbeit mehr gibt und dann will da keiner mehr hin und dann können Sie Ihr Haus aufessen, sonst nichts mehr. Weil Sie müssen ja flexibel sein und woanders hingehen. Und Ihr Haus können Sie zurücklassen. Das ist überhaupt nichts mehr wert. Das Einzige, was nicht kaputt gehen kann, ist die umlagefinanzierte Rente, die Sie uns kaputt geredet haben. Die kann nicht kaputt gehen. Die hat alle Crashs des letzten Jahrhunderts überlebt. Man muss diese Rente nur endlich mal verstehen. Umlagefinanziert heißt eben nicht, Sie zahlen 30 Jahre in der Kasse ein und kriegen das dann verzinst wieder. Umlagefinanziert heißt, das, was diese Gesellschaft in diesem Jahr erwirtschaftet, das wird umgelegt. Nicht im Sinne von getötet, sondern im Sinne von verteilt. Wir können immer nur das umlegen, was da ist. Das ist das einig sich vernünftige Wirtschaften. Das kann mal ein Jahr weniger sein und mal ein Jahr mehr. Aber es kann nie ganz weg sein. Auch nach der nächsten Krise wird noch was erwirtschaftet. So, und das verteilen wir auf die, die es erwirtschaften, auf die, die noch zu jung sind, um es zu erwirtschaften und auf die, die schon zu alt sind, um es zu erwirtschaften. Und in dem System, wenn Sie 80 Jahre werden, haben Sie 20 Jahre profitiert, haben Sie 40 Jahre draufgezahlt, wieder 20 Jahre profitiert. Gerechter geht es gar nicht. Und es würde auch wunderbar funktionieren, wenn sich alle mit allem, was hier erwirtschaftet wird, daran beteiligen. Das System funktioniert deshalb nicht, weil in Deutschland haben die Ärzte eine eigene Altersversorgung, die Architekten haben eine eigene Altersversorgung, die Anwälte haben eine eigene Altersversorgung, die Beamte haben gar keine Altersversorgung und die Politiker auch nicht. Alle, die ein bisschen mehr verdienen, haben sich im System schon mal komplett ausgeklickt. Und 27 Prozent der Deutschen zahlen überhaupt noch in diese Systeme ein und davon sollen fast 70 Prozent hinter eine Rente bekommen. Das kann natürlich wirklich nicht funktionieren. Wenn aber das Brutto-Sitzial-Produkt gestiegen ist und der Anteil der Leute, die für Lohn arbeiten, immer kleiner wird, dann muss man eben alles, was hier erwirtschaftet wird, mit ranziehen. Und das geht auch. Natürlich geht das. Die Schweiz macht das doch auch. Na klar, die Schweiz macht das ja, weil sie nicht rechnen können. Die haben die Umlagefinanzierte Rente, weil die ein bisschen blöd sind. In der Schweiz zahlen sie von allem, was sie verdienen. Von Mieteinnahmen, von Zinsen, von Dividenden, von Spekulationsgewinnen und von Lohn. Von allem, was sie verdienen, zahlen sie in die Rentensysteme ein. Ein kleinerer Prozentsersatz hier, aber eben von allem. Und davon können sie jedem eine Basisrente garantieren, von der man existieren kann. Das ist natürlich in der Schweiz noch möglich, weil die Schweiz ein sozialistischer Musterstaat ist. Sie ahnen das schon. Wenn sie noch nie da waren, müssen sie wissen, die Schweiz ist gesichert mit Selbstschussanlagen. Die Reichen müssen ständig an der Grenze mit dem Lasso eingefangen werden, weil die das Land verlassen wollen. Bei uns wäre das System gar nicht durchführbar. Wenn der Westerwelle in dieselben Systeme einzahlen muss für seine eigene Putzfonds, dann kriegt er so viel Pickel, da finden sie den überhaupt nicht mehr wieder. Noch schöner ist, wenn sie ihnen erzählen, dass die Rente, die wir hier haben, das Rentensystem sozial gerecht ist, weil jeder den selben Prozentsatz bezahlt. Die starken Schultern müssen mehr tragen, sagt die SPD ihnen ja immer. Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Pflegeversicherung machen zusammen 20% vom Bruttolohn aus. Glauben Sie für alle? Glauben Sie lieber weiter an den Osterhasen. Wenn Sie 2000 Euro im Monat verdienen, zahlen Sie 20%. 400 Euro Sozialversicherungsabgaben. Wenn Sie 4000 Euro verdienen brutto, zahlen Sie auch 20%. 800 Euro Sozialversicherungsabgaben. Wenn Sie 8000 Euro im Monat verdienen, was glauben Sie, was Sie dann zahlen? Auch 20%? Das wären 1600 Euro? Nee, nicht ganz. Sie zahlen 889,93 Euro. Höher steigt das nicht mehr. Das ist doch verblüffend, oder? Was die starken Schultern da alles tragen müssen. Wenn Sie 20.000 Euro im Monat verdienen, zahlen Sie auch nur 889,93 Euro. Das steigt überhaupt nicht mehr höher. Da können Sie verdienen, so viel Sie wollen. Das ist die Beitragsverbesserungsgrenze. Man kann das auch einen Schutzzaum für die Reichen nennen. Über 5500 Euro zahlen Sie nicht mehr in die Rente, über 4800 Euro zahlen Sie nicht mehr in die Krankenkasse ein. Wer 20.000 verdient, zahlt genauso viel wie jemand, der 5.000 verdient, in absoluten Zahlen. Nur der mit 5.000 zahlt 20% von seinem Lohn und der mit 20.000 zahlt nur 5% von seinem Lohn. Das ist die Gerechtigkeit unserer Systeme. Die starken Schultern müssen mehr tragen. Ja, Kaviar in der Tasche nach Hause. Ist ja klar. Noch bekloppter ist die ganze Sache bei der Gesundheitsversorgung, meine Damen und Herren. Wenn Sie über 5000 Euro im Monat verdienen, dauerhaft, können Sie sich privat versichern. Dann werden Sie belohnt. Sie verdienen 2, 300 Euro im Monat mehr als Ihr Kumpel und dürfen sich zur Belohnung billiger versichern. Weil Sie ja mehr verdienen. Zum Ausgleich haben Sie eine bessere Versorgung. Weil Sie ja weniger bezahlen. Versuchen Sie mal irgendeinem Menschen, dessen IQ auch nur leicht über seiner Körpertemperatur liegt, zu erklären, was daran sozial gerecht sein soll. Aber Sie können in Deutschland das System tausendmal erklären. In Deutschland sagen, das geht ja alles nicht. Die Rentenkasse, die Lücke bei der Rentenversorgung. Und dann hat der Deutsche Angst vor dem Scheitern der Regierung. Dann machen Sie das wieder verrückt. Wenn jetzt die Koalitionsverhandlungen sich zu lange hinziehen, dann kommt wieder das Gespenst von Unregierbarkeit und den Weimarer Verhältnissen. Ach, sei der Deutsche um Himmels Willen, dann habe ich hinterher gar keine Regierung. Das ist noch schlimmer als eine Scheißregierung. Das will ich nicht. Gar keine Regierung gibt es nicht. Irgendwas geschäftsunfähig führendes bleibt immer im Amt. Fragen Sie die Hessen. Oder fragen Sie mal die Italiener. Die Italiener haben seit 63 Jahren keine Regierung. Die müssen auch jeden Morgen aufstehen und gucken, wie sie irgendwie klarkommen. Und die Italiener, die sind wenigstens nicht so blöd wie wir. Die haben das alles längst so geschaut. Die Italiener sagen schon seit Jahren, die Pampelmusen im Parlament haben sowieso nichts zu sagen. Wie es mir geht, werden die Italiener immer erklären, bestimmen die Wirtschaftsbosse und die Mafiabosse in diesem Land. Die bestimmen, wie es mir geht. Und deshalb waren die Italiener jetzt konsequent. Die haben den reichsten Unternehmer des Landes mit den besten Kontakten zur Mafia zum Ministerpräsidenten gewählt. Nach dem Motto, wenn der uns eh regiert, können wir den auch wählen. Und der Berlusconi kann ja machen, was er wählt. Der ist da komplett unumstritten. Versuchen Sie mal, die Italiener mit einer Dienstwagenaffäre in Wallung zu bringen. Da können Sie die deutsche Öffentlichkeit drei Wochen alleine beschäftigen. Da können Sie von Rente und Gesundheitsversorgung komplett ablenken mit der Dienstwagenaffäre. Der Italiener würde sagen, warum hat er nicht ein paar Nutzen reingepackt, war dann plass genug. Das finde ich... Ich finde das sympathisch. Ich mag Italien. Das ist offen, das ist ehrlich. Da kann man die Mafia auch Mafia nennen. Da muss man nicht verschämt Stromkonzerne sagen. Und dann, dann hat der Deutsche Angst vor dem Aussterben. wir sterben schon wieder aus. Ist Ihnen das eigentlich schon aufgefallen? Seit zehn Monaten sind die Zahlen dramatisch rückläufig. Das große Wiederaufforstungsprogramm von Frau von der Leyen ist gescheitert. Die Akademikerinnen-Wurfprämie ist verauspufft. Wir sterben wieder aus. Jetzt kommen die Artikel alle wieder. Der demografische Faktor. Wie soll es überhaupt weitergehen? Eines Tages immer nur noch 40 Millionen Deutsche. Was für eine Horrorvorstellung. Wissen Sie, wie viele Norweger es gibt? Die stehen schon auf der roten Liste. Das sind Diskussionen. Was hat die Zahl der Menschen in einem Land mit der Lebensqualität zu tun? Bitte nicht umgekehrt den Schuh draus. Die machen immer die Umfrage in Europa. Wo sind die Menschen zufrieden, ausgeglichen, glücklich und fühlen sich ernst genommen und sicher? Es gibt drei Länder, die stehen immer an der Spitze bei diesen Umfragen. Die skandinavischen Länder, Schweden, Dänen, Norweger. Das sind die Länder mit der geringsten Bevölkerungsdichte und dem höchsten Steuersatz. Das, wovor wir am meisten Angst haben, das macht glücklich. Toi, toi, toi. Aber wir haben Angst vor dem Ausstamm. Und dann sagt der Deutsche, ach, wie soll die Welt ohne Deutsche leben? Das hat der Afrikaner schon gesagt. Wenn die Deutschen nicht mehr sind, dann wollen wir auch nicht mehr. Nein. Und da weiß der Deutsche nicht, wovor er mehr Angst haben soll. Muss er mehr Angst haben vor der Rentenlücke, vor dem Aussterben, vor dem Scheitern der Regierung, vor Al-Qaida. Was wäre das Schlimmste, was uns hier passieren kann? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Das Allerschlimmste wäre, wenn wir aussterben und es ist noch Rente über. Bis neulich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.